Hey, Kinder was macht denn ihr? Ihr seht vielleicht an den Namen, ihr spiegelt einfach weiter nach der letzten Runde, nach diesem übelst krassen Sieg. Und das hier wird jetzt die erste Runde mit Handicap. Ich spiele erst, wenn jemand Level 3 ist. Komm ich hab richtig, ich hab so Eier im Kühlschrank, die ich mir bei Kopf hauen kann. Ich mach so lange in der Küche sauber, gell? Ähm, bist du gemein oder was? Oh nein. Ich geh in die Pflanze, ganz still und stumm. Er wird mich nicht finden, denn er ist dumm. Hey, okay, es ist einer Level 3, es geht los. Kurz die Haare noch nach oben machen, wie so ein Junkie, der Haare nach oben hat. Aber wir sind gar nicht nach oben, nur an der Seite, man. Ich habe so eine geile Frisur. Meine Freundin schwankt immer zwischen zwei Sachen. Wisst ihr, wenn ich meine Haare nicht richtig im Griff habe, sind sie entweder, also entweder so, dass sie sagt, Jan, du siehst wieder aus wie ein verrückter Professor. Oder aber sie sagt, Jan, deine Haare liegen wie bei einem alten Mann. Was ist jetzt besser? Ich weiß es nicht, durch. Okay, okay, aber ich habe noch gute Chancen, hier was zu holen. Ich will mir nämlich ungern ein Ei in die Haare schlagen. Und ich würde sagen, dann war es das auch erst mal mit dem Ei. Das soll ich dann mit dem Ei weitermachen. Ja, klar, klar, natürlich. Hallo, hallo, hallo. Aufhöre ich jetzt aber sofort, gell? Alter, wie ich eskaliere, Mann. Drei Runden sind no chance für die drei Runden. Oh, noch niemand da. Okay, kurz nachladen. Kann mal gucken, geht es denn gehen? Hallo? Oh! Okay, es lag an den Haaren. Warte mal kurz. Och Gott, sind die jetzt gut, die Hoher. Ein bisschen liegen sie immer noch, so mir scheißegal, wenn ich aussehe wie ein Gefickter. Was? Wollt ihr mich jetzt gerade verarschen, Mann? Was war denn das hier schon wieder für eine Rollerei? Ich bin Teamleader, mich kann jeder sehen. Die Angst ist mir ins Gesicht geschrieben, aber das wird mich niemand kriegen, denn ich töte sie alle wie ein König. Danke, meine Königshelfer. Ja, ich bin so fucking gut, ja? Oh ja, Schocker. Achso, die sehen mich ja, aha. Da kann ich meinen geilen, äh, äh, Türträger nicht machen. Die sehen mich ja so oder so. Ey, wie ich eskaliere, Mann. Weißt du, im Spiel treffe ich keinen Schwein und hier geht's ruhend, falls da alle rumlaufen wie Vollidioten. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es passiert so oft, dass die bei uns... Können doch jetzt mal auf, um mich zu schießen, Mann. Ich hab mir gerade die Haare wieder hochgemacht. Es passiert so oft, dass sie von hinten bei uns kommen. Wenn wir das bei denen versuchen, no fucking chance. Der war übel in die Fresse und ist richtig bomb. Oh, Leute. Jetzt mach ich mal diesen krassen Scheiß-Trick. Mhm, das ist doch nicht der krasse Scheiß-Trick, den ich gemeint hab, aber mhm. Wenn's lauft, dann lauft's, Mensch. Bei dir läuft's auch, fuck. Aber hey, sie hatten drei Punkte Vorsprung. Shit. Ich mein, vorhin haben die auch echt dominiert, die Gegner. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den Gegnern bin, die vorhin so gut waren. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hab einfach das Spiel halt neu gestartet. Also, nein. Fast noch eine Chance, beide am Fenster zu ficken. Was? Was? Was willst du, Mann? Fuck. Oh Gott, die sehen mich. Jawohl, ich bin kein Geist mehr. Oh, fuck, Mann, wie komm ich da runter? Scheiße, noch einer. Ich bin kein Geist mehr, bin ich behindert? Ja, ich bin wieder ein roter Dödel, der... von jedem gesehen wird, weil er so cool ist. Nein, 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 nein! Der von der Seite! Scheiß auf die Hohe, Alter. Scheiß doch gerade mal auf die Hohe jetzt. Mich seht wieder... Äh, mich seht wieder jeder. Alter, ich... Mein Deutsch leidet aber stark unter Klamot-Ball. Ja, mhm. Guck aus deinem Scheiß-Klofenster raus, während du kackst, Mann. Kack wie jeder vernünftige Mensch. Bleib einfach für dich. Mhm. Wollte, ich war grad voll alle weg, ey. Achtung, nur Headshots. Bam, bam, bam. Cheat haben sie mich genannt, mhm. Bam, 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 bam. Klick, klick, klick. Ja! Nein, nein, was passiert hier? Was passiert hier, Mann? Das wird der Scheiß-Bock. Ich hab ihr 97 gegeben. Ja, mich hat einer überholt. Ihr lügt mich gerade, verdammt, nochmal einen. Leute, ich muss jetzt hier durch. Ich muss Punkte machen. Der Kerl im Feind. Im Feind. Was ist mit dir los, Mann? Ja, ja! Ey, hätte ich ihn jetzt nicht noch gefickt? Okay, Messer, Knife. Vielleicht krieg ich ihn. Oh Gott, ich krieg ihn, oder? Krieg ich ihn? Das ist meiner jetzt. Hör auf, auf den zu schießen. Dankeschön, der Terator. Vielen Dank, dass ich die Zivilisation retten darf. Du, Luch. Oh Gott, es ist noch einer im Knife-Modus. Oh Gott. Wer ist im Knife-Modus? Keine Ahnung. Ich hoffe, einer von mir, Mann. Ich hoffe, einer von mir. Die sind nämlich zu behindert, um den Knife-Modus zu schaffen. Der schlechteste Terrorist steht vor mir. Okay, also, ja, was meint ihr? Soll ich jetzt mit dem Ei weitermachen? Ich mache jetzt erstmal keine Folgen hiervon. Und noch ein Handicap hergehen und die bis fünf spielen lassen? Oder bis vier? Ich meine, ich will halt jetzt nicht so spielen, dass ich hundertprozentig verliere. Ich will ja immer eine schöne Chance haben. Oder soll ich einfach noch was Neues machen? Eine neue Rafa? Sagt Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.